Ja moin Leute, das ist zu meinem Testvideo von der Kamera des neuen iPad Touch der 5. Generation. Und in diesem Video möchte ich einfach mal die Kameraqualität des iPad Touch 5G zeigen. Tut mir jetzt leid, dass es im Hintergrund ein bisschen rauscht, da hier Bauarbeiten sind. Aber ich denke mal, die macht jetzt erstmal nichts. Ja, wie ihr seht, ist die Kamera recht gut. Der Autofokus stimmt. Wir haben jetzt leider schon etwas herbstlich hier bei uns, deswegen zählt keine Blumen oder so. Sagen wir mal Herbstlaub. Ich denke aber, das macht keinen Unterschied für euch. Und yo, das soll auch schon zum Video gewesen sein. Im Anschluss findet ihr noch ein paar Bilder zum Download. Auch unten in der Videobeschreibung. Und yo, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und ciao. Musik Musik Mh Musik Musik Bis zum nächsten Mal.